Also einmal hat mein Vater selbst als Ausbildungsleiter gearbeitet, 30 Jahre. Der Job war mir sehr vertraut, durch die Gespräche zu Hause am Tisch und ich hatte schon immer mal gedacht, irgendwann mal in der Ausbildung zu arbeiten, denn ich bin seitdem auch mit vollsamen Motivation dabei. Das Schönste ist, für einen Maurer zu sehen, was er geschafft hat, weil das sieht man jeden Tag, jede Woche und am Ende natürlich ist das Ergebnis präsent und auf Jahrzehnte oder für immer vorhanden. Der Maurer war eigentlich auch immer ein Allrounder. Er muss in ganz vielen Bereichen seine Stärken eigentlich präsentieren, besonders als Meister. Unser Geheimnis ist vielleicht, dass wir einen großen Pool haben an Honorardozenten, die neben ihrer Dozententätigkeit noch eigene Betriebe führen und das ist eigentlich das große Fund, was wir dort bieten können. Untertitelung des ZDF, 2020